Hallo und herzlich willkommen zu Letzte Woche in Krypto, dem Format auf YouTube, wo wir euch die in unseren Augen wichtigsten Neuigkeiten der vergangenen Woche zusammenfassen. Los geht's! Handelsplattform BACT sammelt 182,5 Millionen US-Dollar Investitionskapital. BACT, eine Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, ist von den Betreibern der New Yorker Börse initiiert worden. Das ist die größte Wertpapierbörse der Welt und auch als Wall Street bekannt. Die 182,5 Millionen Investitionskapital kommen unter anderem von Größen wie Microsoft oder der Boston Consulting Group. Über BACT haben wir auch schon in unserem Video 7 Reasons Why Crypto Is Here To Stay berichtet. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. US-Einzelhandelsriese Overstock will Steuern in Ohio mit Bitcoin bezahlen. Overstock habe ich bis zu dieser News gar nicht gekannt. Das wirkt auf mich ein bisschen wie der amerikanische Ikea. Overstock wird die Gewerbesteuer über die kürzlich eingeführte Kryptowährungsplattform OhioCrypto.com ab Februar mit Bitcoin begleichen. Das ist möglich, weil Ohio im November als erster Bundesstaat Bitcoin als Zahlungsmethode für Steuern akzeptiert hat. Overstock ist im Kryptobereich sehr engagiert, denn bereits 2014 war Overstock das erste große Unternehmen, das nach einer Partnerschaft mit der Kryptobörse Coinbase Bitcoin akzeptierte. Neue europäische Kryptobörse kündigt Staat an. Die neue digitale Handelsplattform stützt sich auf das sogenannte Financial Information Exchange Protokoll von Nasdaq. Das ist die zweitgrößte Börse der Welt. Nutzer können tokenisierte Aktien großer Unternehmen handeln. Tokenisierung bedeutet in diesem Fall, dass die entsprechenden Wertpapiere in eine digitale Münze, also sogenannte Tokens, verpackt werden. Firmenaktien, die auf diese Weise erworben werden können, sind zum Beispiel Amazon, Baidu, Apple, Facebook, Google, Intel, Microsoft, Netflix, Nvidia und Tesla. Zusätzlich werden verschiedene Krypto zu Krypto und Krypto zu Fiat Währungspaare angeboten, darunter Ripple, Bitcoin, Ethereum und Litecoin. Circle führte 2018 OTC-Geschäfte im Wert von 21 Milliarden Euro durch. OTC steht für Over-the-Counter und bezeichnet Transaktionen, die ohne eine Austauschplattform wie Kraken funktionieren. Die eine Partei bringt einen Koffer mit Geld und die andere zum Beispiel ihr Handy oder ihr Wallet und dann werden die Coins quasi direkt über dem Tisch, also Over-the-Counter, gegen das Geld getauscht. Und diese Art des direkten Austausches hat bei dem Kryptowährungsfinanzkonzern Circle im Jahr 2018 ein Volumen von 21 Milliarden Euro erreicht. Viele Börsen arbeiten an eigenen Over-the-Counter-Plattformen. Ein Beispiel ist die Kryptobörse Bittrex, die diesen Service seit dem 14. Jänner anbietet. Kryptopia meldet schweren Hackerangriff, Nutzerwitternbetrug. Die neuseeländische Kryptobörse Kryptopia hat ihren Betrieb nach einem Hackerangriff vorübergehend eingestellt. Die zuständigen Behörden sind informiert worden und Ermittlungen haben gestartet. Nutzer spekulieren auf Twitter über einen eventuellen Betrugsversuch der Börse, dafür gibt es aber noch keine Beweise. Social-Media-Nutzer alarmierten Binance wegen verdächtiger Transaktionen von Adressen, von denen man wusste, dass sie mit dem Kryptopia-Diebstahl in Zusammenhang stehen. Binance hat die verdächtigen Coins dann eingefroren. Binance selbst ist die größte Kryptowährungsbörse der Welt und expandierte gerade in den europäischen Markt. Eine neue Handelsplattform namens Binance Jersey wurde eröffnet. Auf dieser kann man viert zu Krypto handeln, wobei Euro und britische Pfund mit Bitcoin und Ethereum in Europa und Großbritannien gehandelt werden können. Als letzte Nachricht für heute Tim Draper investiert in Wiener Startup für Blockchain Trading Der Kryptofan und Star-Investor Tim Draper hat über seinen Venture-Capital-Geber Draper Associates 1,25 Millionen US-Dollar Seed-Capital in das österreichische Startup Morpher investiert. Morpher wurde von dem Wiener Martin Fröhler in den USA gegründet und will einen Futures-Handel auf der Blockchain replizieren. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Das waren die wichtigsten Neuigkeiten der Woche. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, drückt auf Like und Abonnieren. Damit ist uns schon sehr geholfen. Ihr findet die Links zu allen ungekürzten Artikeln zum Nachlesen in der Videobeschreibung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.